Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten großen Umfrage zu den bald kommenden Europa-Universales-4-Projekten auf meinem Kanal. Hier spricht euer Gaius Julius Cäsar. Ja, wir wollen uns gleich die Ergebnisse der ersten Umfrage anschauen, wie ihr abgestimmt habt, aber ganz wichtig, ich habe noch zwei wichtige Sachen, die ihr hier in diesem Video jetzt tun könnt, wo ich euch nochmal ganz wichtig beteiligen möchte. Und zwar Nummero 1, macht ihr gleich am besten als allererstes und ich bitte euch, schreibt mir unter diesem Video in die Kommentare drei Länder eurer Wahl, die euch interessieren würden, die sich aber auch in Europa befinden, die ihr gerne von mir auch mal gespielt sehen würdet. Außer natürlich Bamberg und außer dem Kirchenstaat, dazu kommen wir dann später. Also, jeder von euch schreibt einfach nochmal drei Länder, die sich in Europa befinden, die ihr gerne von mir in einem Let's Play oder Livestream oder wie auch immer sehen würdet, in die Kommentare unter dieses Video, drei Stück. Und dann schaue ich mir einfach alle Kommentare an, die ihr unter diesem Video bringt und vergleiche, wo es die meisten Überschneidungen gibt bei einigen Ländern und wer weiß, vielleicht werden die dann auch mal gezeigt. Das ist jetzt auf jeden Fall ganz wichtig, dass ihr das als erstes macht. So. Dann haben wir nämlich dann da auch nochmal einen Pool und dann weiß ich auch vor allem, welche Länder euch in Europa interessieren würden. Ich weiß, es gibt bestimmt auch viele, die Länder außerhalb von Europas wollen, aber das möchte ich einfach persönlich wenigstens aktuell nicht. Aktuell möchte ich mich vor allem natürlich auch wegen dem Emperor TLC auf Europa konzentrieren. Das war jetzt das Erste, was ihr schon mal machen durftet. Als nächstes schauen wir uns die Ergebnisse an, die ihr hier schon fleißig bei der ersten Umfrage abgestimmt habt. Das Video hat schon über 200 Aufrufe und die Ergebnisse sind schon recht eindeutig, deswegen möchte ich sie an der Stelle schon präsentieren. Natürlich kann man hier trotzdem noch weiter abstimmen, aber ich glaube kaum, dass es da noch zu irgendwelchen Änderungen kommt. Also, schauen wir mal an. Hier sieht es so aus. Wie soll das Bamberg-Projekt in Europa Universalis 4 ausschauen? Da habe ich euch gefragt, entweder als Singleplayer-Let's Play oder ein Dual-Let's Play mit einem anderen YouTuber. Und tatsächlich hat sich dann doch eine deutliche Mehrheit mit 66% für das Dual-Let's Play mit einem anderen YouTuber entschieden. Und so soll es dann auch gemacht werden, aber keine Sorge, die Leute, die gerne Singleplayer sehen, vielleicht kommen die auch noch auf ihren Geschmack. Aber mal gucken. So, die zweite Umfrage ist noch deutlicher ausgefallen und das habe ich mir da noch ehrlich gesagt fast gedacht. Ganze 78% von euch möchten die Papststaaten sehen in der Multiplayer-Runde, in der ich dabei sein werde. Ja, ich hoffe, dass ich euch nochmal ein paar mehr Infos geben kann zu dieser Multiplayer-Runde von der Let's Play WG. Da kommt, denke ich, auch noch von denen was, wie man sich anmelden kann. Dann könnt ihr euch natürlich auch mit anmelden. Ich hoffe, dass ich dort die Papststaaten auch dann wirklich spielen darf, wenn ihr das jetzt hier entschieden habt. Falls nicht, muss ich natürlich nochmal umstrukturieren, aber ich hoffe, dass das klappt und ich freue mich drauf. Soweit ich das jetzt schon mitbekommen habe, ist es extrem interessant, tatsächlich den Kirchenstaat zu spielen mit den Missionen und mit den neuen Mechaniken. Kirchenstaat und Papst, das ist wirklich mal was ganz anderes, was wir noch nicht gesehen haben und, denke ich, wird sehr spannend. Genauso sehr freue ich mich schon richtig, muss ich sagen, auf Bamberg. Ein kleines Bistum, das ein Vassal ist von Würzburg, also es wird richtig, richtig schwierig am Anfang. Wir haben nur eine kleine Provinz mit wenig Entwicklung und da müssen wir uns hochkämpfen und möchten Franken gründen und das Großfränkische Reich wieder aufbauen im Zentrum des Deutschen Reiches. Und ja, wer weiß, vielleicht noch das ein oder andere Besondere machen, vielleicht irgendwie ein Kurfürst werden oder vielleicht sogar Kaiser. Ich denke, das sind uns ganz interessante Möglichkeiten im Heiligen Römischen Reich bestimmt. So, aber Freunde, jetzt kommt noch eine ganz wichtige Umfrage, ich hoffe, ihr seid noch alle dabei und zwar der dritte große Punkt, über den ihr heute dann nochmal jetzt entscheiden könnt. Da werde ich jetzt auch eine Abstimmung wieder in dieses YouTube-Video packen und zwar müsst ihr noch entscheiden, wie sollen die zwei Projekte, also das mit Bamberg und das mit dem Kirchenstaat, auf meinem Kanal erscheinen. So, es gibt drei Varianten, würde ich mal sagen. Die werde ich euch alle jetzt dann gleich auch in die Infokarte packen und ihr könnt abstimmen. Variante A, B und C. Bei der Variante A wäre es so, dass ich drei Videos hintereinander bringe, zum Beispiel von Bamberg, eins am Dienstag, eins am Mittwoch, eins am Donnerstag und dann drei Videos vom Kirchenstaat. Eins am Freitag, eins am Samstag, eins am Sonntag. Montag hättet ihr frei, noch die Videos, die ihr noch nicht geschafft habt nachzuschauen. Variante 2, Variante B, immer abwechselnd jeden Tag ein anderes Projekt bringen. Das würde bedeuten, an einem Dienstag käme ein Video zu Bamberg, an einem Mittwoch ein Video zum Kirchenstaat, an einem Donnerstag wieder ein Video zu Bamberg, am Freitag wieder zum Kirchenstaat, Samstag wieder Bamberg und Sonntag wieder zum Kirchenstaat. Also immer abwechselnd in den verschiedenen Tagen. Variante C, die dritte Variante wäre, eine Woche sechs Folgen nur Bamberg und in der zweiten Woche sechs Folgen nur Kirchenstaat, sodass sich das wöchentlich abwechselt. Das sind die drei Varianten, die könnt ihr jetzt auch nochmal abstimmen. Bitte macht das auf jeden Fall in der Infokarte, die ihr jetzt oben eingeblendet seht, in diesem Video. Und dann bin ich schon sehr gespannt. Ich bin schon sehr gespannt auf die Länder, die ihr gleich unter dieses Video in die Kommentare schreiben werdet. Drei Stück an der Zahl sollen es ja sein, in Europa allesamt und nicht Bamberg und nicht der Kirchenstaat. Die Garde könnt ihr auch eine Begründung dazu schreiben, wenn ihr möchtet. Aber vor allem die drei Ländernamen wären mir wichtig und ansonsten natürlich jetzt auch wir, die zwei Projekte, die auf jeden Fall ab nächster Woche anlaufen werden. Also wenigstens schon mal das Bamberg-Projekt wird als erstes anlaufen. Die erste Woche wird nochmal ein bisschen anders sein. Aber dass ich dann ab der zweiten Woche weiß, wie ihr die Videos gerne sehen möchtet, also entweder Variante A, B oder C, in der Infobox einmal abstimmen. Vielen Dank und ich muss sagen, mein Hype ist schon groß. Ich bin richtig gespannt auf den neuen Patch und auf das neue Emperor-DLC. Ich freue mich auch schon richtig drauf und ich freue mich, euch da mitnehmen zu dürfen. Ich bin richtig heiß. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Euer Gaius Julius Cäsar.